Herr Dr. Warm, gestern war eine interessante Sitzung zum Thema kontralateraler Brustkrebs. Das heißt also, dass eine Patientin, die an Brustkrebs erkrankt, eventuell eben auf der anderen Seite auch wieder erkranken kann. Nun gibt es ja gewisse Risiken, die man zu beachten hat. Trifft das denn jede Frau? Was wurde denn dazu gesagt? Was muss man beachten? Welche Risiken sind da? Da kann man schon ganz gezielt sagen, die und die Patientin wird eventuell erkranken, die andere nicht. Also einmal muss man sagen, dass eben auch das Risiko für die Kontralater, also Gegenseite an Krebs zu erkranken, gering ist. Also man redet unter 10 Prozent, 6 Prozent wird gesprochen. Das ist erstmal, denke ich, wichtig für die Frauen, dass eben das Risiko auf der Gegenseite, was zu bekommen, sehr klein ist. Es gibt wichtige Risikofaktoren, die eigentlich allgemein bekannt sind, auch für andere Erkrankungen bekannt sind. Zum Beispiel Übergewicht, Rauchen, Alkohol, mangelnde sportliche Bewegung und so weiter sind Risikofaktoren, die leider eben auch die Rate, dass auf der Gegenseite ein Krebs entstehen kann, erhöht. Nun ist immer gerade das Thema Übergewicht, das ist ja ein weit dehnbarer Begriff. Man spricht ja hier auch von Obesity in den USA, also hier beim San Antonio Brustkrebskongress, wo wir sind. Ab wann spricht man denn von Übergewicht? Denn nicht jede Patientin ist unbedingt nach dem Begriff Obesity nun wirklich stark übergewichtig. Ja, das ist auch schwer zu beantworten, aber ich denke, dass der Body Mass Index ein wichtiges Hinweiszeichen sein kann und man sollte da sicherlich nicht über 10 Prozent drüber liegen. Also wenn ich so zwei, drei Kilo mehr auf den Rippen habe, heißt das nicht gleich, dass ich gefährdet bin an kontralateralen Brustkrebskongressen? Nein, das auf gar keinen Fall. Sie sagten gerade Übergewicht. Welche Faktoren sind eventuell noch ein Risiko? Also das Rauchen zum Beispiel. Bedeutet das, wenn man wenig raucht, dass es das gleiche Risiko ist, als wenn man viel raucht? Oder ist es generell einfach angesagt, nicht zu rauchen? Also prinzipiell ist es generell angesagt, nicht zu rauchen. Sicherlich auch da, wenn man ein, zwei Zigaretten pro Tag raucht, ist natürlich das Risiko nicht so erhöht, als wenn man eine ganze Schachtel pro Tag konsumiert. Aber prinzipiell generell auch für die Entstellung von anderen Erkrankungen, da wurde zum Beispiel auch Lungenkrebs zitiert, ist Rauchen grundsätzlich schädlich. Wie sieht es denn mit Alkohol aus? Ja, gleiche Thema. Es gibt natürlich gute Daten, gerade auch zum Rotwein. Ein bis zwei Gläser Rotwein pro Tag senkt das Herzinfarktrisiko. Also da muss man eben auch mit Maß an die Sache rangehen. Aus meiner Erfahrung denke ich, es ist nicht richtig zu sagen, kein Alkohol, aber auch da ganz klar in Maßen. Und auch muss man sagen, dass die Frauen weniger Alkohol zu sich nehmen sollten, als die Männer. Also generell ist sicherlich der Lebensstil ein wichtiger Faktor, gesunde Ernährung ein wichtiger Faktor. Nun haben wir ja auch noch andere Risikofaktoren, wie zum Beispiel den Diabetes. Ja, also auch der Diabetes, gut, das sind unter Umständen ja, können Ursachen sein, die man natürlich nicht beeinflussen kann, dass Diabetes entsteht. Diabetes hat eben nicht nur schädigende Wirkungen auf zum Beispiel das Gefäßsystem oder auf die Haut, sondern hat eben auch oder trägt eben auch nicht ganz so zum hohen Prozentsatz, aber doch auch zur Erhöhung von Entstehung von Krebsarten auf der Gegenseite der Brust bei. Wann ist denn das Risiko erhöht bei Diabetes? Ist das, wenn die Patientin bereits an Diabetes erkrankt, wenn sie an Brustkrebs erkrankt oder während der Erkrankung? Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse? Es gibt, das ist ja nicht abschließend beurteilt, aber was man sagen kann, dass das Alter eine Rolle spielt. Also Frauen, die jünger an Diabetes erkranken, haben ein höheres Risiko als Frauen, die im älteren Jahrgang erkranken. Also Grenz ist ungefähr 55 Jahre, die da in der Studie angenommen wurden. Heute gab es noch zusätzlich einen Vortrag zu dem Thema eben auch kontralateraler Brustkrebs. Und da hat man festgestellt, dass vor allem in den USA die Frauen sich prophylaktisch die zweite Brust abnehmen lassen. Wenn man jetzt aber von Ihnen hört, dass eben das Risiko doch im Verhältnis gering ist, dass auch die zweite Brust erkrankt, ist es dann sinnvoll? Macht es Sinn, sich sicherheitshalber die Brust abnehmen zu lassen? Ich denke, das Thema ist nicht abschließend zu bewerten und auch noch lange nicht abgeschlossen. Ein sehr wichtiger Punkt, der auch heute in der Diskussion hervorkam, ist einfach der Wunsch der Patientin, dass sie einfach eben auch von der psychischen Seite her einfach für sich auch ganz wichtig, das getan zu haben. Auch wenn die Daten klar eigentlich dagegen sprechen, was auch gezeigt wurde, dass eben die Rate, dass auf der Gegenseite was passiert, sinkt. Das hat vor allen Dingen eben was mit der sehr guten Hormontherapie zu tun, wo wir wissen, dass sie eher über die zehn Jahre genommen werden soll. Also deshalb wird die Rate noch mal weniger. Auf der anderen Seite wissen wir gerade, wenn mit Implantaten rekonstruiert wird, dass die Patienten am unzufriedensten sind, wenn eben eine Seite mit Implantat rekonstruiert ist und die andere Seite eben natürlich ist. Also die Veränderung über die Jahre trägt zur Unzufriedenheit bei. Also sicherlich ein ganz schwieriges Thema. Und ich würde mir wünschen, dass die Krankenkasse dem Thema ein bisschen offener gegenüberstehen und wir ein bisschen mehr Freiheit haben, auch den Patientenwunsch eher zu erfüllen, indem man eben auch diese Operation macht. Ich denke, wenn man erfahren ist und gut geübt ist, ist auch die Komplikationsrate dieser Operation gering. Ein weiterer Punkt wurde angesprochen, die Bisphosphonate. Man hat festgestellt, dass Frauen, die aufgrund einer Osteoporose Bisphosphonate genommen haben, dass die ein geringeres Risiko hatten, wieder zu erkranken. Wie erklärt sich das? Ja, die Erklärung ist mir nicht ganz klar. Also auch in den Studien, wie zum Beispiel Azur-Studie, ist nicht klar, woran das jetzt wirklich liegt. Da gehen die Meinungen oder die Diskussionen sehr weit auseinander. Aber für uns, in unserem Brustzentrum ist das Standard, Patienten, die in der Menopause sind, auch Bisphosphonate prophylaktisch zu geben. Es wundert mich nicht, dass man eben jetzt auch zeigen konnte, wenn die Bisphosphonate aus anderen Gründen gegeben wurde, wie zum Beispiel Osteoporose, dass sich das einfach positiv auf die Brustkrebsrate auswirkt. Warum soll das nicht andersrum genauso gut funktionieren? Ist das nur dann sinnvoll für die Frauen vor den Wechseljahren oder ist es auch für die Frauen nach den Wechseljahren sinnvoll? Also soweit ich weiß, ist in den Daten nicht unterschieden worden zwischen Prä- und Postmenopause. Deshalb würde ich jetzt erstmal nur sagen, dass es für die Frauen in der Menopause wichtig ist, Bisphosphonate zu bekommen. Gibt es mehrere Studien oder weitere Studien, die das überprüfen werden? Denn das ist ein Thema, schon seit einigen Jahren sollen Brustkrebspatientinnen prophylaktisch Bisphosphonate nehmen, eben als, um die Wiedererkrankung zu reduzieren. Wissen Sie da mehr darüber, dass sich da mal in naher Zukunft was ändert, also zum Beispiel die Leitlinien sich ändern werden? Wie die Leitlinienkommission sich entscheidet, das kann ich nicht sagen, weil ich bin auch nicht in der AGO-Leitlinienkommission mit dazu. Aber ich weiß, dass eben die Success-Studie ja diesen prophylaktischen Ansatz mit hatte als Thema. Und diese Daten werden sicherlich eben nach noch etwas längerer Nachbeobachtungszeit publiziert werden. Und dann wird man, denke ich, auch in der AGO sich entscheiden. Ich persönlich glaube, dass man sich dafür entscheiden wird. Was empfehlen Sie jetzt einer Brustkrebspatientin, die jetzt gerade diese Informationen hört und sieht und eben große Angst hat, wieder zu erkranken, hinsichtlich, dass sie präventiv was tun kann? Also Sie haben gerade gesagt, wichtig ist der Lebensstil, sicherlich auch Bewegung, also Ernährung, Bewegung. Aber wie wir jetzt gerade eben auch hören, dass die Bisphosphonate eventuell präventiv eingesetzt werden können. Könnte eine Patientin jetzt zu ihrem Arzt gehen und mit ihm besprechen und sagen, ich möchte gerne diese Bisphosphonate präventiv einnehmen? Bekommen Sie sie dann? Na, das würde ich sagen, wird sie nicht bekommen. Muss man natürlich schon genauso behandeln, wie auch die Studien aufgestellt wurden, jetzt nach irgendeiner Zeit nach Erkrankung Bisphosphonate zu bekommen oder zu verlangen. Das wird nicht gehen. Man sollte einfach mal die Knochendichte überprüfen. Vielleicht eben aus dem Grund gibt es eine Möglichkeit, Bisphosphonate dann auch zu bekommen, rein für die Knochengesundheit. Sehr wichtig ist mir noch zu erwähnen, den Vitamin-D-Spiegel mal konsolidieren zu lassen. Der ist bei vielen zu gering. Und das andere ist, klar, die Lebensgewohnheiten, aber das geht uns letztendlich alle an. Die zu verbessern, ist sicherlich wichtiger als die prophylaktische Operation. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Warham. Danke Ihnen. Danke Ihnen.